Generation Crash, darunter könnte ich mich, glaube ich, ganz gut verorten. Mit Crash kann ich auf jeden Fall was anfangen, aber erst mit dem Blick von heute. Für mich war der Crash normal. Glaub mich, bekrank Spaß, deine Augen rang, dass du Opfer von mir Angst hast. Ich wusste überhaupt nicht, wie damit umgehen und was machen. Und auf einmal gab es eine Sprache für den ganzen Abfuck da draußen. Das hat mir das Leben gerettet, glaube ich.